Der guten Morgenstupser Manchmal glauben wir, es sei ganz normal, was wir tun und denken, alle tun das so. Doch wir sehen erst, dass es Menschen gibt, die ebenfalls etwas anderes als normal einstufen und neue Entscheidungen für sich getroffen haben, wenn wir selbst dies eben so getan haben und plötzlich neue Realitäten und Menschen in unser Leben treten können, weil wir selbst uns für etwas Neues, etwas Anderes, Normales geöffnet haben.